So, ich stehe hier an der Ostsee, an der Sandküste, aber hier unten haben wir ja sehr, sehr viele Feuersteine. Ja, da will ich mal langlaufen, vielleicht finde ich ja welche. Mal gucken. Und natürlich will ich Diamanten und Bernsteine finden. Ja, vielleicht auch ein bisschen Gold und Silber. Mal schauen. Also, tschüss!